Es gab Tage, da konnte sie die Wut der Mutter schon durch die Hauswände spüren. Die Prügel, die folgten, waren wohl berechtigt, aber nicht das rechte Mittel, um die Dinge besser zu machen. Sie war so elend beisammen, so zermürbt, dass sie überlegte, an einer einsamen Stelle am Würmsee ins Wasser zu gehen.